Yawmul Qiyamah werden die Paradiesbewohner, allesamt von den ersten Paradiesbewohnern von Adam a.s.w. bis zu dem letzten Menschen, der geboren wird, alle Paradiesbewohner insgesamt werden 120 Reihen bilden. 80 von diesen Reihen gehören der Ummah von Muhammad a.s.w. und die restlichen 40 den Nationen vor uns. Allahu Akbar. Schaut, wie Allah a.s.w. diese großartige Ummah geehrt hat. Und er sagte, es gibt keine Nationen, die uns vorausgegangen sind, außer dass manche, Klammer auf, Klammer zu, für ewig in das Paradies gegangen sind oder für ewig in das Höllenfeuer gegangen sind. Früher war es so, liebe Geschwister, dass Allah a.s.w. bestimmt hat, dass eine Person nicht vielleicht erst im Höllenfeuer bestraft wird und dann in das Paradies geht, sondern wenn er das Höllenfeuer verdient hat, war er ewig im Höllenfeuer und kam nicht mehr heraus. So gab es damals nur Höllenfeuer oder Paradies. Was sagte Rasulullah a.s.w.? Außer meine Ummah, alle sind im Paradies. Allahu Akbar. Was heißt, alle sind im Paradies? Alle sind im Paradies von dieser Ummah bedeutet, es stimmt, dass manche, und ich sage nicht nur manche, viele erstmal in das Höllenfeuer gehen. Möge Allah a.s.w. uns ohne Abrechnung in das Paradies eingelassen. Aber danach kommen sie irgendwann heraus und wer herauskommt, geht dann für ewig ins Paradies. Wisst ihr, dass die Paradiesbewohner diejenigen von den Muslimen, die erst im Höllenfeuer waren, erkennen werden, an was werden sie sie erkennen? An ihre Spuren. Es ist so, als ob man sagt, die Ärmsten, die sind gebrannt. Dann werden die Paradiesbewohner sagen, ha ula in Jahannam yun. Das sind diejenigen, die in Jahannam waren. Man würde jetzt denken, subhanallah, was für ein Leben, wenn sie im Paradies leben, wenn sie so gedemütigt sind. Dann sagt Allah niemand anderes, das sind nicht die Jahannam yun, das sind diejenigen, die Al-Jabbar, Allah vor dem Höllenfeuer, bewahrt hat. Und ab da gibt es kein Gerede mehr. Allahu Akbar. Schaut mal, wie Allah selbst diesen Leuten eine Stellung gibt, obwohl sie mit Sicherheit viele üble Sünden gemacht haben und nicht umsonst sind sie im Höllenfeuer gelandet.